Meldung Corporal, ja, Captain Corey holt gerade den Gefangenen an. Morgen kriegt er seinen fairen Prozess. Und dann wird er gehackt. Na, Prozess? Natürlich, jeder verdient einen fairen Prozess. Und dann einen Strick. Und den einen... Natürlich, jeder verdient einen fairen Prozess. Und dann einen Strick um den Hals bis zum Tod. Äh, ja, fairer Prozess. Na dann, gut. Ich, äh, mache nur Meldung. Sind schon Ende.